Liebe Freunde, meinen ganz herzlichen Dank für euer heutiges Dasein. Das ist der 170. Karriere-Ratschlag und wir tun wieder in zwei bis drei Minuten was ganz Wesentliches für unseren Lebenserfolg. Den besten Ansatz, um zu lernen, wie ich ein besserer Chef werde in den letzten Jahren, fand ich den Ansatz der Harvard University. Eine afroamerikanische Professorin hat dort diesen wunderbaren Begriff geprägt, Leading from Behind und sie hat das erklärt am Beispiel von Nelson Mandela, der 30 Jahre im Gefängnis saß und dann mit einer überragenden charismatischen Leistung Südafrika aus der Apartheid rausgeführt hat. Leading from Behind, was heißt das? Das alte Führungsmodell, was wir von früher kennen, da ist der größte Zampan. Der tollste Typ, der steht ganz vorne, der taucht überall in den Zeitungen auf, alle bewundern ihn. Und das ist ein Führungsansatz, von dem wir uns, glaube ich, nicht so viel kaufen können, wenn wir uns fragen, wie wir ein besserer Chef werden. Mein Führungsansatz Leading from Behind ist, nicht ich muss in der Zeitung stehen, die anderen müssen in der Zeitung stehen. Meine Mitarbeiter müssen stark werden. Mich interessieren sehr meine kreativen Ideen, aber noch mehr interessieren mich die kreativen Ideen meiner Mitarbeiter. Noch mehr interessiert mich, wie Sie erfolgreich werden wollen. Ich bin Chef in mehreren Organisationen und ich glaube, dass ich das heute mit 54 Jahren nur aus folgendem Grund bin. Ich habe gelernt, Führung, ich habe gelernt, Leadership abzugeben. Ich habe gelernt, anderen viel zuzutrauen und, was auch ganz wichtig ist, anderen die Sahne zu geben. Die Sahne heißt, wer hat die großen Neuigkeiten in den Zeitungen? Wer darf Erfolg für sich verbuchen? In unserer Firma habe ich ein hohes Ziel gesetzt für den Umsatz in diesem Jahr. Und das Erste, was ich getan habe, nachdem wir dieses hohe Ziel gesetzt haben, ich habe meinem verantwortlichen und wichtigsten Mitarbeiter gesagt, dass er ganz überdimensional finanziell erfolgreich sein wird, wenn wir dieses Ziel erreichen. Also ich habe nicht nur Verantwortung, ich habe auch Reward, ich habe auch Belohnung auf seine Ebene verschoben. Das gilt für euch, wenn ihr Teams führt. Gute Teams fangen mit dem Bonus nicht oben an. Das meiste Geld kriegt der Chef, wie das heute leider viele angestellte Top-Manager tun. Gute Teams fangen mit der Belohnung unten an. Dort, wo die Leute wirklich die Arbeit tun und sagen ihnen, dafür, dass du dich außerordentlich einsetzt, dafür wirst du außerordentlich belohnt. Das gilt übrigens in allen Führungsebenen. Es gibt heute keine Ebene mehr, wo wir einfach nur Handlanger wollen. Jeder Mensch ist absolut förderungswürdig und ist absolut würdig, in einen guten Zustand gestellt zu werden. Deswegen würde ich immer, egal auf welcher Führungsebene, Mitarbeiter erfolgsorientiert entlohnen. Jeder muss teilhaben an dem Erfolg. Für jeden muss sich das rentieren. Mein wichtigster Gedanke ist, wie ich heute mit 54 Jahren im Spiel bleibe, im Geschäft bleibe und die anderen sagen, er darf weiter mitspielen. Ich glaube, mit so ein bisschen Demut sind wir ganz gut dabei. Und da ist mein prägender Satz. Am besten bleibe ich im Geschäft, wenn ich für die vielen, die nachkommen, die ganz hervorragenden Menschen, wenn ich für die, die ein Lifter bin, jemand bin, der ihnen die Brücke nach oben ermöglicht und sie gut macht und sie stark macht und ihnen den Erfolg zubilligt. Das war heute ein kleiner Ausflug in das Führungskonzept Leading from Behind. Andere groß machen, andere stark machen. Noch ein allerletzter Satz. Mit der Kritik, mit dem Runtermachen, mit dem Justieren. Und meine Erfahrung als Chef, 90% davon, liebe Chefs, könnt ihr euch sparen. 90% sind besser angelegt, wenn ihr andere nach vorne bringt und lobt und sie die Wahrheit haben lässt. Hört auf, die göttliche Wahrheit zu verbreiten. Das interessiert niemand, was ihr da sagt. Einen lieben Gruß, euer Dorian.